Du hast immer kalte Füße, egal wie warm es draußen ist, sofort fang deine Füße an zu frieren. Das kann bestimmte Ursachen haben und in diesem Video gehen wir auf 5 Ursachen ein. Mein Name ist Tobias von Knobo und Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit und in diesem Video schauen wir uns einfach mal an, welche Ursachen für kalte Füße existieren. Und Ursache Nummer 1 wäre denkbar einfach, nämlich ein Natriummangel. Das heißt, wodurch kann das ausgelöst werden? Die häufigste Ursache ist, du trinkst tatsächlich einfach zu viel. Das heißt, wenn du vielleicht sogar Sportler bist, dass du wirklich Unmengen an Wasser trinkst. Es wird ja immer empfohlen, so anderthalb bis zwei Liter im Sommer, vielleicht bis zu drei Litern. Aber wenn du exzessiv viel Wasser trinkst, vier Liter, viereinhalb Liter, fünf Liter täglich, dann kann es sein, dass du einfach zu viel Natrium ausschwemmst und das macht tatsächlich kalte Füße. Ursache Nummer 2 und 3 ist der Mangel zweier Mineralstoffe. Und zwar ist das einmal ein Eisenmangel. Das nennt man dann auch, wenn das sehr stark ist, dann eine Blutarmut, weil letztendlich Eisen an die roten Blutkörperchen gekoppelt ist. Und das hat auch viel mit der Wärmeproduktion im Körper zu tun. Das heißt, hier hast du meistens nicht nur kalte Füße, sondern du hast allgemein eine Neigung zum Frieren. Also da wäre interessant, einmal den Eisenwert checken zu lassen. Hier ist nochmal ein wichtiger Hinweis, da geht es nicht um den Serum-Eisenwert, sondern das Ferritin, der Speichereisenwert. Der ist wichtig bei der Blutuntersuchung. Und der zweite Nährstoffmangel ist Zink. Also kannst du auch einmal probieren, wenn du etwas Zink zu dir nimmst, ob das eine Verbesserung über ein paar Wochen mit deinen Füßen auch nach sich zieht. Ursache Nummer 4 kann eine Diabeteserkrankung sein, Typ 1 oder Typ 2. Da solltest du natürlich mal deinen Blutzuckerwert testen lassen. Einmal den Glukosewert und den sogenannten HbA1c-Wert. Das ist der Langzeitblutzuckerwert, der letztendlich erst Aufschluss darüber gibt, ob du einfach einen zu hohen Blutzuckerspiegel hast oder eben nicht. Dieses Empfinden von Kälte, das nennt man dann auch eine Neuropathie. Neuropathie, also das ist eigentlich durch diesen Zucker eine Störung des Nervensystems, der Nerven. Und das muss nicht immer nur mit Temperaturfehlempfinden einhergehen, sondern kann manchmal auch sein, dass man Taubheit oder Kribbelgefühl hat. Aber es wäre auf jeden Fall mal für den Hinterkopf zu behalten, dass auch Diabetes kalte Füße machen kann. Und die fünfte und letzte Ursache in diesem Video ist eine Schilddrüsenunterfunktion, eine sogenannte Hypothyreose. Hier wird der Stoffwechsel allgemein heruntergefahren. Man hat auch eher eine Neigung zu frieren und vor allem auch die Füße sind häufig kalt. Hier ist es natürlich immer wichtig, die Ursache zu beleuchten, warum deine Schilddrüse Probleme hat. Da gibt es einmal eine sogenannte Bildungsstörung. Das heißt, es werden nicht ausreichend Schilddrüsenhormone gebildet. Da ist zum Beispiel Jodmangel häufig ein Thema. Oder aber es kann auch sein, dass die Umwandlung von der inaktiven Vorstufe T4 zu der aktiven Stufe T3 der Schilddrüsenhormone, dass bei der Umwandlung eine Störung auftritt oder dass einfach Faktoren fehlen. Hier wäre unter anderem Selen zu nennen oder dass du Probleme mit deiner Leber oder den Nieren hast. Dann kann es sein, dass deine Schilddrüse einfach nicht mehr aktive Hormone nutzen kann. So, ich hoffe, diese fünf Ursachen, diese fünf Tipps waren interessant für dich. Die sollen einfach nochmal dein Bewusstsein für diese Problematik schulen. Nahrungsergänzungsmittel, unsere Empfehlung packen wir dir einmal unten in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, wenn du etwas Mehrwert aus diesem Video bekommen hast, dann freuen wir uns riesig, wenn du uns ein Like und ein Abo dalässt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.